Musik Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play KOTOR. Wir sind jetzt hier in der Vulca-Basis, haben zuletzt so eine Art Boss erledigt, gerade so. Das war echt peinlich. So, Vepinien-Stinnband, aha. Was kann das denn Schönes? Rettungshilfe, Willenstärke plus 3, Bewusstsein 2. Naja, gut. Mission, du hast es nötig, dass du nicht getroffen wirst. Bereit. Du kriegst ein Level ab. Hast du auch nötig. Ja, ähm, heilen, ja. Ich glaub, du musst dich eigentlich nur durchgehend heilen. Hm, Toughness, yo. Klar. Mann, 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 Mann. Das war vielleicht nackt. Auralverstärker. Schwerer Blaster. Ist da vielleicht was für dich dabei? Mein Guter. Schwerer Blaster hast du eh. Disruptorpistole. Durchtrinkt-Energie-Schilde. Naja, so viele sind jetzt hier nicht mit Energieschilden unterwegs. Die Unblaster, so viele Druiden sind es auch nicht. Bleiben wir bei dem Ding. Aber der Auralverstärker. Bewusstsein 2. Ne, da geb ich das mal Mission, weil die hat ja vorhin Granaten nicht gesehen. Und kriegst du das mit den Rettungswürfen. Aber ein Energieschild ist auch für dich eine Idee. Genauso für dich, Mädel. Und da ist der Swoop-Beschleuniger. Das Ding, hinter dem wir ja die ganze Zeit hier waren. So, ich würde mich noch im Rest der Basis umgucken. Da vorne gibt es ja sicher noch ein, zwei Türchen, hinter denen was labern kann. Genau. Vielleicht sonst irgendwas. Nö, nö, nö. Nix. Strahlungsschilde. Ah ja. Habt ihr was? Ne, aber Werkbank. Ich kann ja mal endlich wieder upgraden. Ich habe ja ewig nicht in meine Waffe was reingebastelt. Vibroklingenprototyp. Genau. Plus 1 Schadensbonus physisch zusammenbauen. Mission, du kriegst auch noch was rein. Habe ich eh noch übergehabt. Kavs Blaster. Na, das kann ich doch, glaube ich, durchgehend equippen. Genau. Dings, dings, dings. Da ist doch mal ein Unterschied. Zusammenbauen. Selber als Bowcaster. Ja, selber. Du kriegst dann deinen Bowcaster wieder, wenn wir irgendwann mal unterwegs sind. Rüstungen. Echani-Fieberpanzer. Jo. Und jo. Wer von uns rennt denn überhaupt da mit? Bin ich das? Ja, bin ich. Ach. Sind wir nicht sexy? Da rechts kommen wir zwar scheinbar immer noch nicht rein. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das freischalten könnten. Aber das müssen wir dann ja vermutlich auch nicht. Gut, dann zurück. Wir müssen, äh, zurückhill da unten in dieser, äh, Slum-Dorf-Dings-Booms. Dem die, äh, Datapads geben, die wir gefunden haben. Und ansonsten müssen wir dieses... Swoop-Bauteil abgeben. Und dann müssten wir ja eigentlich für diese... Andere Gang antreten dürfen. So. Bevor wir uns jetzt einmal quer durch die Kanalisation zurückarbeiten, würde ich vorschlagen, wir marschieren hier geradeaus raus. Ah, wen haben wir denn verloren? Der Kaff. Wo ist denn der Kaff? Klar. Nimm das! Nimm das! Nimm was, ey? Nimm Berührungsmittel, oder was? Oh, das ging fix. Na, habt ihr nix? Habt ihr nix? Habt ihr nix? Wollt ihr nix hergeben? Doch, der will was hergeben. Da. Das sind wir doch so nett und nehmen das an. Credits. Wie viel haben wir denn da schon wieder? Neunhundert. Ja. Toter Twi'lek. Mhm. Okay. Dachshan Mission haut jetzt wieder ab. So, ich würde dann mal in die Kantina reinschauen, weil wir haben ja jetzt diese eine Attentäterin erledigt und die ist normalerweise das erste Kopfgeld. Genau. Jevias Kantine. Genau. Und ich komme nicht durch die Tür? Doch, jetzt. Ja, ja, ja. Ich möchte dir gerne ein Kopfgeld eintreiben. Ähm. Lügen. Sag ihm, Matrix ist tot. Das ist doch, glaube ich, der Twi'lek, dem wir geholfen haben, da seinen Tod vorzutäuschen. 300 Credits. Ich versuch's mal mit überreden, aber ich glaub nicht. Ich denke, ich hab 400 Credits für meine Mühen verdient. Oh, schade. Ja, 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 ja. Äh, tut mir leid. Ähm. Ich nehm die 300. Äh, Tim, 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 Tim. Ich möchte gerne noch ein Kopfgeld eintreiben. Ja, ja, ihm von Selvin erzählen. Ihr habt es geschafft. Nehmt die 300 Credits. Danke, eine Freude. Äh, ich muss dann gehen. So, das ist doch ganz gut gelaufen. Äh, ich glaub, sonst gab's hier jetzt nix mehr zu machen. Passag will ich nicht spielen. So, dann lauf ich einfach nochmal komplett durch und runter in die Slums. Oh, Überreste. Da hab ich wen zu looten vergessen. Na, komm zu Papa. Medikit. Na gut. Vier Stück verbessertes Medikit und acht Stück normales Medikit. Da sollte ich dann vielleicht mal wieder neue dazu kaufen. Äh, ich will nicht zu meinem Stützpunkt zurückkehren. Später mal, ja, aber noch nicht jetzt. Irgendetwas scheint Kav zu belasten. Rede mit ihm. Mit Kav sprechen. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ähm, ich möchte etwas mit euch besprechen. Wirklich? Das ist in Ordnung. Über was wollt ihr reden? Wir haben unsere Konversation beim letzten Mal nicht zu Ende geführt. Ach, ich wusste, dass ihr nicht verstehen würdet, worauf ich hinaus will. Lasst mich versuchen, es zu erklären. Mit euren Fähigkeiten gehört ihr in ein Elite-Kommando und ihr habt mir schon mehr als einmal den Hintern gerettet. Deswegen und wegen eures Sprachtalents bin ich heilfroh, euch hier zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aufhöre, euch zu beobachten oder wachsam zu sein. So bin ich nun mal nicht gestrickt. Punkt. Nicht zu gestrickt, das klingt wie ein Vorwand. Möglicherweise. Aber ich bin schon von Leuten verraten worden. Kurz gesagt, das wird nicht mehr vorkommen. Hm, ihr wollt also so eine Garantie, dass ich euch nicht verraten werde? Ich weiß nicht, ob ihr mich betrügt. Aber es gibt keine Garantie, weder für mich noch für euch. Nehmt das nicht persönlich. Ich frage mich, ob ihr überhaupt jemandem vertrauen könnt. Lasst es sein. Nein, bin ich nicht. Seid ihr sicher, dass ihr nicht darüber reden wollt? Nein, ich will nicht darüber reden. Ich will die Galaxis retten, wenn das überhaupt noch möglich ist. Warum ist das so verdammt wichtig für euch, wem ich vertraue und wem nicht? Warum kümmert euch das überhaupt? Wir haben keine Zeit für sowas. Können wir das bitte beenden, fürs Erste? Von mir aus reden wir später nochmal darüber, wenn es sein muss. Ich will nur jetzt hier weiterkommen. Hm, na gut. Ab in die Schlumpfs. Mission ist irgendwie abwesend. Vielleicht solltest du mit ihr reden. Mit Mission sprechen. Jetzt sind wir ja gerade sowieso bei so einer Psychologie-Sitzung für alle. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte mehr über dich erfahren, Mission. Wirklich? Über mich? Bis jetzt hat sich noch nie jemand für mich interessiert. Was willst du denn wissen? Wo sind deine Eltern? Hast du keine Familie? Big Z ist meine Familie. Meine Eltern... Naja, ich schätze, sie sind tot. Ich war ganz allein, bis ich Zalbar in der Unterstadt getroffen habe. Ich wusste gleich, dass er in Schwierigkeiten steckte. Das war noch vor den Bandenkriegen. Aber die Vulka gab es damals schon. Ein paar der Mistkerle haben Big Z provoziert. Aber er wollte keinen Ärger. Hm, Fartfurt. Ich mochte die Vulka jedenfalls noch nie. Und als ich sah, wie sie diesen armen Wookie rumschubsen, bin ich ausgerastet. Ich habe die Bastarde angebrüllt und mich auf sie gestürzt. Einer der Kerle hat mir noch eine verpasst, dass ich fast das Bewusstsein verloren hätte. Üh. Du hast Glück gehabt, dass er dich nicht mit einem Blaster über den Haufen geschossen hat. Hey, spar dir deine Sprüche. Du bist nicht meine Mutter. Ich wusste schon, was ich tue. Ich hatte keine Angst vor den Vulka. Das sind Feiglinge. Ich hätte die Mistkerle fertig gemacht. Leider kam ich nicht mehr dazu. Plötzlich hat sich Zalbar eingemischt. Er hat einen der Kerle mit einem lauten Schrei am Hals gepackt und einfach hochgehoben. Äh, was haben die anderen beiden Vulka gemacht? Tja, da sind die beiden anderen abgehauen. Ich kann's ihnen nicht verdenken. Ein wütender Wookie ist ziemlich furchterregend. Ich dachte, gleich reißt Zalbar dem Mistkerl den Kopf ab. Der Vulka hatte solche Angst, dass er ohnmächtig wurde. Na, vielleicht lag das aber auch an Big Zets Mundgeruch. Ich habe Zalbar schon tausendmal gesagt, er soll sich die Zähne putzen. Aber er hört nicht auf mich. Halt dir einfach die Nase zu, wenn er mit dir redet. Ich wusste, dass die Vulka wiederkommen würden. Also habe ich mir Zalbar geschnappt und wir sind abgehauen. Seitdem sind wir ein Team. Wir passen aufeinander auf. Verstehst du? Wie kam Zalbar nach Taris? Er hatte auf Kashik irgendwelchen Ärger. Mehr weiß ich auch nicht. Big Zet redet nicht gerne darüber. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, er gehört zur schweigsamen Sorte. Es ist mir aber auch egal. Ich akzeptiere ihn, wie er ist. Nicht wie er war. Zalbar und ich leben gerne in der Gegenwart. Wie hast du überlebt, bevor du auf Zalbar getroffen bist? Was soll das denn heißen? Meinst du, ich kann nicht alleine auf mich aufpassen? Ich bin clever. Ich kann mich alleine durchschlagen. Eigentlich passe ich sogar mehr auf Zalbar auf, als er auf mich. Alles klar? Big Zet ist einfach zu gutmütig, um in der Unterstadt alleine zu überleben. Wir sollten uns jetzt wieder unserer Aufgabe mitnehmen. Ja, ich schätze, du hast recht. Das habe ich meinem Bruder auch immer gesagt. Schöne Worte und große Pläne reichen nicht. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hast. Das ist ein etwas heikles Thema, okay? Ich habe im Moment keine Lust, über ihn zu reden. Ist nichts Persönliches. Reden wir einfach über wichtigere Dinge, okay? Sicherlich. So, Olukill. Äh, wo hockst du doch gleich? Irgendwo hier hinten, oder? Achso, Moment. Erstmal die Leute da hinten heilen. Schön, euch wiederzusehen, Oberwäldler. Kann ich sonst etwas für euch tun? Ich habe euch ein Serum gebracht, mit dem man die Rakule heilen kann. Euer Angebot ist großzügig, Oberwäldler. Doch das Serum ist jetzt nutzlos für uns. Die Dorfbewohner, die an der Rakgul leiden, sind hinter dem Tor in Quarantäne. Sie könnten sich jeden Augenblick in die schrecklichsten Monster verwandeln. Niemand wäre so dumm in... Ähm... Ich gehe durch das Tor und werde versuchen, den Infizierten zu helfen. Ich kann euch nicht daran hindern, durch das Tor zu gehen, Oberwäldler. Doch wenn sich die Infizierten bereits in Rakgul verwandelt haben, spaziert ihr in euer Grab. Hallo, Krach. Bitte, hilf uns. Wir sind mit dieser Rakgul-Krankheit infiziert. Wir können jeden Moment... Ah! Nein! Bitte nicht! Nein! Nein! Hm, das hat ja nicht so großartig funktioniert. Macht ihr mit? Nix, nix, dann nix. Bitte, ihr müsst uns helfen. Wir flehen euch an. Wir möchten nicht so wie die anderen enden. Bitte helft uns. Wir dürfen nicht wie sie enden. Äh, ich habe euch ein Serum gebracht, um die Rakgul zu heilen. Ihr... Ihr habt ein Heilmittel? Bitte gebt es mir. Rasch, bevor es zu spät ist. Nehmt das Rakgul-Serum nur, ich habe genug für euch beide. Rasch! Ich muss es injizieren, bevor es zu spät ist. Ja, es funktioniert. Ich fühle, wie die Krankheit von mir abfällt. Es... Es ist wie ein Wunder. Ich bin geheilt. Ich danke euch, Oberwäldler. Ihr habt uns vor einem Schicksal bewahrt, das schlimmer als der Tod ist. Ich wünschte nur, ich hätte eine Belohnung für euch. Vielleicht könnt ihr ja irgendetwas in dem Schutt der abgestürzten republikanischen Rettungskapsel finden. Hm, es reicht mir, dass ich helfen konnte. Wir sollten jetzt gehen, Oberwäldler. Wir möchten unbedingt ins Dorf zurück und unsere Familien wiedersehen. Ich danke euch erneut für alles, was ihr getan habt. Und ich glaube, wir haben immer noch genug. Rakgul-Serum. Jawohl. Ihr erstaunt mich, Oberwäldler. Ich dachte, den Oberflächenbewohnern würde das Schicksal von uns Ausgestoßenen nichts bedeuten. Doch ihr habt alles riskiert, um die infizierten Dorfbewohner zu retten. Ich wünschte, ich könnte euch irgendeine Belohnung geben. Doch wir Ausgestoßenen haben nichts. Alles, was ich euch anbieten kann, ist der Dank des ganzen Dorfes. Ich brauche Heilung. Mutters, Kredersers. So, Rukil. Ihr kehrt zurück, Oberwäldler. Wie geht eure Suche voran? Habt ihr die Tagebücher meines Vaters und Großvaters gefunden? Na sicher, junger Mann. Kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass sich der Traum meines Vaters und Großvaters endlich erfüllt? Ich, ich wage es kaum hinzublicken. Hm, ja. Ja, aber natürlich. Jetzt verstehe ich. Es macht alles Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das gelobte Land so schwer zu finden war. Es ist so offensichtlich. Ihr habt etwas Wundervolles geschafft, Oberwäldler. Eure selbstlosen Taten werden allen Bewohnern dieses Dorfes viel Glück und Freude bringen. Ich muss damit sofort zu Gendar. Rukil, was wollt ihr? Gibt es neue Legenden über ein verborgenes Paradies, das nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden? Wenn ihr erst mal gesehen habt, was ich euch hier bringe, Gendar, werdet ihr nicht mehr denken, dass es Märchen sind, die ich erzähle. Seht euch die Tagebücher an. Hm. Nein, es kann nicht sein. Sind die echt, Rukil? Sind die Informationen korrekt? Ich schwöre, dass alles, was in diesen Tagebüchern steht, wahr ist, Gendar. Das gelobte Land. Ich habe euch doch gesagt, ich würde es finden. Der Eingang ist weit entfernt, Rukil. Wir werden viele Wochen bis dorthin brauchen. Vielleicht sogar Monate. Und wir müssen durch zahlreiche Gebiete, in denen es vor Ragul nur so wimmelt. Ich sage ja nicht, dass die Reise einfach sein wird, Gendar. Aber alles ist besser als das elende Leben, das wir hier führen. Weise Worte, Rukil. Wir haben momentan gerade viele Vorräte. Wir könnten bei Einbruch der Nacht aufbrechen. Ich werde den anderen sagen, sie sollen sich auf die Reise vorbereiten. Ich danke euch erneut, Oberwäldler. Und sage euch zum letzten Mal, lebt wohl. Wo wir hingehen, werdet ihr nicht folgen können. Die Reise ins gelobte Land ist lang und mühselig. Lebt wohl, Rukil, und viel Glück. Hier trennen sich unsere Wege, Oberwäldler. Ich spüre, dass sich euer Schicksal erst entscheiden wird. Doch das Schicksal meines Volkes liegt am Ende der langen Reise, die uns nun bevorsteht. Botschafter-Let's Play und werft Folge 50 rein. Die ist ein bisschen länger als die anderen, aber da seht ihr die komplette Transportstation 5 und auch, was aus denen hier im gelobten Land wurde. Da versuche ich jetzt mal, den anderen hier noch nichts zu spoilern, weil es passieren ja noch ein paar Sachen auf Taris. Sodele. Dann müssen wir jetzt hoch. Da würde ich sagen, zurück zum Versteck. Und das Serum geben wir dann beim nächsten Mal ab. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. All right. All right. Untertitelung des ZDF, 2020